Asphalttechnik mit System. Geht es um innovative Asphalttechnik, dann ist die Juve GmbH Ihr Partner. Mit einem Aktionsradius von rund 100 Kilometern um Wuppertal herum werden vielfältige Asphaltarbeiten fachkompetent realisiert. Als TÜV-zertifizierter Fachbetrieb stehen sowohl klassische Walzasphalt- als auch effiziente Gussasphaltlösungen im Fokus des erfahrenen Unternehmens, das von der Planung bis zur Umsetzung reibungslose Abläufe garantiert. Privat, Gewerbekunden sowie die öffentliche Hand bauen auf qualitativ hochwertige und langlebige Ausführungen, die unter der Leitung von Mario Juve mit einem motivierten Fachkräfteteam gestemmt werden. Je nach Anforderung kommen unterschiedliche Asphaltgemische und modernste Maschinentechnik zum Einsatz. Asphaltspriedertankwagen mit bis zu 15 Tonnen Inhalt sorgen für unschlagbar schnellen Nachschub auf der Baustelle. Ob Walzasphalt für Einfahrten, Hof-, Park- und Verkehrsflächen oder der fließfähige wasserdichte Gussasphalt, für zum Beispiel Tiefgaragen, Rampen und den Wohnungsbau, auch als Schutzschicht auf Abdichtungen, als Dichtschicht in WHG-Anlagen oder bei der Kanalschachtregulierung, beweist Asphalt von Juve nachhaltige Leistungsstärke. In weitgehend jedem Bereich und Umfang werden Meisterflächen von Juve mit hohem Qualitätsanspruch realisiert, wobei die Vermietung von Baumaschinen sowie von Spriedern mit Fahrern das Portfolio als Plus an Service ergänzt. Asphalttechnik Juve – zuverlässig, schnell- und zukunftsorientiert. Auch gegenüber unserem Team, das Verstärkung sucht. Ob Straßenbauer oder Asphalteur, ob Profi oder Quereinsteiger. Wir stellen ein, bilden aus und schulen um. Fragen Sie uns. Asphalttechnik Juve – Ihr versierter Partner rund um den Asphaltbau.